ja alles legy natürlich die quelle sieht geil aus auge des feuervogels der es ist mehr so auf auf werden wir sind fertig und was sagt was jetzt schon bei dings bei mediamarkt heute in der früchern und was haben sie dir gegeben eine neue so ein neues vorbesteller mit ds wo früher spielen am 3 november schon spiel das schreisding er und es war es 2 und 2 xp ok doppelte xp doppelte xp ist immer gut ja weißt du kaufen erkaufen sie sich hier wieder einen vorteil ne die ganzen call of duty zocker ehrlich oh mann god of duty warte ich mach mal meine box noch was hab ich bekommen nur bullshit wieder sag mal dein scheiß auf junge ich hab hier keine dinger hier ich hab meinen kreuzritter ja aber auf dem kreuzritter da rennst du einfach so durch da können wir ja nichts machen das ist ja gay so sag mal ein gutes bild sag mal ein gutes bild für den bonk guten morgen ein gutes bild ja ein gutes bild ich hab selber kein gutes bild ich geh halt voll geschicklichkeit und versuch crit und so drauf zu kriegen alles klar dankeschön gerne kein ding wenn du noch irgendwelche tipps haben möchtest komm auf meinen youtube kanal mach dann erstmal aus und dann genau schau dir einfach nein schau dir alle videos an ist sogar noch geiler ja warte dann geh ich mal kurz raus dann mach ich auf qual war das du nicht für ein schild ey ah mann ja der ist schon entequipped alter ist das nur gemockt sein charakter ist schon ihr müsst kurz raus gehen weil sonst kann ich die einstellung nicht ändern oder warte ich verlasse ihm schnell die gruppe mach schnell den dingens ja jetzt bin ich raus ja zu spät hast schon gesehen die haben die anzeige für qual geändert du musst nicht mehr unten dieses dingens es gibt jetzt extra so ein bild für jeden ja es gibt ne bestenliste ja das ist bullshit das interessiert keinen schwanz außer die ganzen koreaner da die jetzt schon wieder platz eins und so ergattert haben wahrscheinlich mhm so die ganzen china farmer china habe ich gesagt china farmer ich hab dir ja nicht nachgesprochen du idiot ich hab einfach nur so china gesagt weißt du fühlt er sich direkt wieder gemobbt hier ey boah ich hab schon 1,6 mille zähigkeit mach mal neun dings auf ja äh portest du mal ähm Alpen ist schon bei mir drinnen musst nur unten rechts drauf klicken äh jetzt sind wieder der anfänger schon hier machen wir mit dem mönchen oder wie ähm ich kann auch wechseln wenn er wollt ja wechsel mal mit dem 70er damit wir hier stuff so machen dann ja dann level ich den Monk halt irgendwann anders ja so sieht das aus weißt du wo ist ein Kandu da so genau warum hab ich den Kandu genannt hab ich das schon einen von euch erzählt ich glaub nicht ne ich hab äh dingens ähm ich hab nen kleinen Cousin also wirklich klein der ist irgendwie 5 oder so jetzt der hat angefangen zu reden und wollte kannst du sagen und hat und da kam Kandu bei raus und ich fand das so lustig hab ich den Charakter einfach danach benannt Kandu 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 mir mal helfen ja der hat nur einen kostet das ist doch mega nice hier hab ich ok nur einer ein einziger mega fett boah wie viele hast du denn Alpen ja 200 nur ich hab 250 krass achja ich spiel ja jetzt ich wollte jetzt grad fort porten rift everyday ist ja mal viel zu einfach hier uuuh um einfach durchrushen te 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 so weißt du die rushen durch ist ja ne hier mach die du kannst aufsammeln digga ja ey weißt wo der Alpen normalerweise zockt auf Qual 6 und sowas guck dir das an was ist denn das für ein Skill den du da einsetzt Alpen das ist aber nicht derselbe den du letztens hattest ey ne ich hab mal anders Bild jetzt ich bin Shotgun Crusader Shotgun Crusader Shotgun Crusader what the fuck ich bin Gar ey ich bin Shotgun Crusader digga und ich dreh mich dreh mich ich hau hier 17 Millionen für jetzt sowas 17 Millionen ja ok ich bin jetzt bei 11 Millionen mit dieser dingens mit der uuuhu Party ab gehts te 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 ach easy einfach durch da Jashui das Gute ist du droppst ja auch das ist doch für deinen Scheiß boah ich liebe diesen Speedboost ne falls ihr euch fragt hier im Neffal im Rift sind andere Dingens wie heißt das andere Schreine da sind andere Schreine und da kriegt ihr bessere Buffs manchmal kanalisieren wodurch eure Cooldown richtig reduziert wird Digga ich brauch keine Hilfe da siehste immer doppelt immer doppelt ach öffnet doch ein Tor ihr Ficker hast du schon mal ein Tor gesehen? nein aber die kriegste halt nur von denen boom boah 5 Mille 5 Mille drück ich leck meine Eier wuuuuhuuuuhuuuuhu Ich hab ja dieses Blackthorn-Set gerade auf den und ey, dann droppe ich noch ein Teil und weißt du was, das ist wieder eine Hose, Alter, ich hab kotzen gekriegt, zweimal jetzt die Hose gehabt Blackthorns kriege ich auch die ganze Zeit, da könnte ich auch kotzen Ja, weißt du, so ein drittes Teil wäre jetzt nicht schlecht, also so ein drittes Teil davon wäre jetzt nicht schlecht, aber alles außer Hose Ja, Digga, du spielst ja auch nur hin und wieder, weißt du, wir haben jetzt die letzten Tage ein bisschen zusammengezockt Hast du mir die Super Saiyajin wieder rausholen lassen? Ja, sie, ach, das sind ja, ich verwechsel immer diese Skelette, die du rufst mit, da hat jemand Paragon-Level ab Ja, ich... Ja, da haben wir doch keinen! Weißt du, der, der eh schon, weiß ich nicht, 1000 Paragon hat Boah, ich liebe diese Giftnova, ne, die ist einfach nur mega genial Hast du den Eingang anstreckt, Colton? Jo 1200%iger Waffenschaden Ja, der ist einfach nur fucking OP Ja Uuuuuh, hi Jungs Genau, das Equip habe ich in den Anfangsvideos schon erklärt und hier, wie der Bild von mir ist, also Wenn ihr das wissen wollt, guckt irgendwie Folge 24, glaube ich, sollte das sein Für die Leute, die jetzt gerade einschalten Gibt ja auch Mongos, die nicht direkt von vorne mitgucken Ja, ihr seid Mongos, ihr habt mich richtig verstanden Ich will ein Glücksmongo sein Ich bin so lahmarschig, ne Der Schubi kann springen, der Alpen reitet auf seinem Pferd Hat ein scheiß Pferd Ja, und ich, ich lauf hier, ich muss immer warten bis mein Berserker wieder voll ist Aha Du kriegst hier gar nichts mit, ey Ich will riesen Massen killen, ey Die dauert zum Sammeln Achso, ich sammle alles auf, wie immer D D Stufe So Ein weiter Aber vielleicht kriegen wir ja jetzt hier keinen Goblin-Port da, sondern eher so'n Dings Endboss-Port Ist auch gut Wie ist das, was hast du gerade nochmal gesagt, Gobo? Gobos Herzgoblin Ja, Gobos Die Gobo, ey, ohne witz, ich find das so süß Ja, Gobo aber hier von Dings hier, von WoW Bei Goblins, da sag ich da auch Gobos Wie Gobos Hehehe Es ist so süß Aber so süß Wart ist, was ist denn mit dir? Haha, was ist denn mit dir? Hört ist denn los mit dir? Häheh, ja geh dir mal da lang, ich geh mal in den Sehe auch, wenn der Leggy droppt oder nicht Hey, jetzt in den Kanälen ist der Sackgasse Bist du hier richtig? Pairman macht schuldig. Facts ohne uns Tadadadadadadadadder Tadadadadadadadadadada Ja, bei mir dauert es noch ein bisschen länger, als wenn Boah, Alter Oh, zwei Anflikt Ja, jetzt bin ich gestumpt oder was? Ja, das ist, wenn die anspringen. Boah, wirklich. Gold. Aber siehst du, das Gold geht auf jeden Fall. Leute, die haben auch diesen Balken geändert, der ist ja jetzt Geld. What the bullshit? What the bullshit? What the bullshit?